Hey ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute gibt es wieder ein Zöliakie-Q&A für euch. In meinem letzten Video habe ich euch ja schon alles Wichtige über Zöliakie erklärt. Was ist Zöliakie? Was ist Gluten? Welche Folgen hat Zöliakie? Welche Symptome hat Zöliakie? Was für Arten von Zöliakie gibt es? Und wie läuft die Diagnose ab? Und ihr hattet natürlich noch einige Fragen zu dem Thema und ein paar davon möchte ich euch in diesem Video beantworten. Seit wann hast du Zöliakie? Ich habe meine Diagnose damals mit 6 bekommen und habe somit jetzt schon 15 Jahre Zöliakie. Wie lief deine Diagnose ab? Meine Diagnose hat sich leider echt sehr in die Länge gezogen. Es hat ein paar Monate gedauert, bis man dann herausgefunden hat, was ich habe. Ich war super oft beim Kinderarzt in der Notaufnahme. Ich lag im Krankenhaus. Ich habe sämtliche Tests mitgemacht und die erste Diagnose, die ich bekommen habe, war tatsächlich, dass es psychisch ist. Meine Eltern haben aber trotzdem auf weitere Tests bestanden und dann habe ich endlich eine Magenspiegelung bekommen. Und ein paar Wochen nach der Magenspiegelung kam dann die Diagnose Zöliakie. Kann Spuren von Gluten enthalten essen oder lieber nicht essen? Ich erkläre euch das Ganze jetzt mal. Das Produkt ist laut Zutatenliste glutenfrei. Die Firma sichert sich mit dem Satz, kann Spuren von Gluten enthalten, einfach nur ab. Weil zum Beispiel in der Firma auch Produkte mit Gluten hergestellt werden und sie sich nicht zu 1000% sicher sein können, ob da nicht vielleicht irgendwie irgendwann mal was kontaminieren könnte. Ich weiß, dieser Satz verunsichert sehr, sehr viele von euch, aber soll ich euch mal was sagen? Der Satz ist nicht rechtlich gesichert. Das heißt, die Firmen dürfen selber entscheiden, ob die den Satz draufschreiben möchten oder nicht. Das heißt, es gibt durchaus Produkte, die laut Zutatenliste glutenfrei sind, die aber das gleiche Kontaminationsrisiko hätten wie andere Firmen, aber den Satz nicht drunter stehen haben. Aber das Wichtigste, die Produkte sind laut Zutatenliste glutenfrei. Es ist kein Gluten drin, weil Gluten gehört zu einem Allergen und es wird halt immer fett gedruckt, wenn da irgendwie Weizen, Gluten oder sonst was drin ist. Aber wenn man sich wirklich zu 1000% sicher sein möchte, dann darf man eigentlich nur Produkte essen, die auch als glutenfrei deklariert sind. Aber das wäre schon eine enorme Einschränkung, weil klar, es werden immer mehr Produkte als glutenfrei deklariert, aber halt noch nicht genug und ich glaube, das wäre dann wirklich, wirklich schwierig. Und kurz zu mir, ich esse Produkte, wo draufsteht, kann Spuren von Gluten enthalten und ich esse auch Produkte, die laut Zutatenliste glutenfrei sind. Gibt es Nebenerkrankungen neben der Zöliakie? Ja, es gibt so ein paar Erkrankungen, die in Kombination mit einer Zöliakie auftreten können. Wie zum Beispiel Diabetes Typ 1, Schilddrüsen und Lebererkrankungen. Spürst du, wenn du Gluten isst oder tut es deinem Körper nur innerlich nicht gut? Tatsächlich spüre ich das nicht mehr unbedingt, wenn ich was Falsches esse und das finde ich auch echt nicht gut. Früher, kurz nach meiner Diagnose, habe ich wirklich jeden Krümel Gluten gespürt. Ich hatte sofort Magenkrämpfe, aber mittlerweile ist das tatsächlich gar nicht mehr so. Und ich bin ehrlich, ich wünschte, ich hätte wieder ganz normale Magenprobleme, wenn ich was Falsches essen würde. Ich hatte sogar mal eine Phase, da dachte ich mir, boah, du bist der erste Mensch, der von Zöliakie geheilt worden ist, weil ich halt kaum noch Symptome hatte. War natürlich nicht der Fall, weil wenn man einmal Zöliakie hat, dann hat man es sein Leben lang. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mindestens, wirklich mindestens zweimal im Jahr zur Blutabnahme gehe und meine Werte kontrollieren lasse, um mir einfach 100% sicher zu sein, dass es mir gut geht, dass mein Körper antakt ist, dass ich kein Gluten zu mir genommen habe. Wenn du jemanden kennenlernst, erzählst du sofort von deiner Zöliakie? Also das ist jetzt nicht der erste Satz, den ich raushaue, wenn ich jemanden kennenlerne. Also das sieht nicht so aus, hallo, ich bin Antonia und ich habe Zöliakie. Aber meistens kommt das Thema relativ schnell auf, weil irgendwie, wenn man sich irgendwo kennenlärt, dann isst man was trinken oder es gibt irgendwie Snacks oder man hat vor irgendwas essen zu gehen und dann erzähle ich es immer direkt. Und ihr habt mich auch gefragt, ob ich deswegen schon mal negative Reaktionen bekommen habe. Und tatsächlich, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der danach irgendwie meinte, ey, ich möchte dich nicht näher kennenlernen oder neue Freunde kennengelernt, die gesagt haben, nee, ich will jetzt nicht mit dir befreundet sein, weil du Zöliakie hast. Alle haben das wirklich super, super gut aufgenommen. Immer. Wirklich immer. Bei meinen Freunden ist das so eingebrannt, sobald die im Urlaub sind oder irgendwo nur glutenfrei lesen. Ich kriege Bilder von glutenfreien Produkten, von Restaurants, in denen man glutenfrei essen gehen kann. Ich liebe das so, so sehr. Und auch meine bisherigen Partner kamen immer richtig gut damit klar. Das ist auch immer total lustig, wenn so neue Leute in mein Leben kommen, die das wirklich noch nicht kennen. Die sind dann am Anfang immer total überfordert und stellen total süße und lustige Fragen, ob ich denn dies und jenes dann essen darf oder nicht. Und sie vergessen es auch am Anfang noch manchmal. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil irgendwann haben sie es einfach drin und wissen Bescheid. Was vermisst du am meisten, seitdem du Zöliakie hast? Boah, ich bin ehrlich, da gibt es wirklich ein paar Sachen, die ich richtig, richtig doll vermisse. Nummer eins, ich wohne halt in so einer Kleinstadt, wir nennen es halt immer Dorf. Und hier essen, bestellen mit einer Zöliakie ist schon eher ein bisschen komplizierter. Klar, so Kleinigkeiten wie ein Salat findest du überall und es gibt auch so ein, zwei Restaurants, wo man gut bestellen kann. Aber manchmal hat man ja auch einfach Bock auf so eine richtig fettige Pizza und das wird dann halt auch wieder schwierig. Und das vermisse ich total. Einfach mir zu denken, okay komm, kein Bock zu kochen, ich bestelle mir jetzt einfach irgendeine richtig geile Pizza oder ein geiles Pasta-Gericht. Und es dann einfach hier bestelltes Essen, Leute, das vermisse ich so sehr. Zweitens, ich vermisse den Bäcker, Leute. Wirklich, ich weiß einfach, wenn ich Gluten essen dürfte, ich würde so viele Backwaren essen. Ich merke es ja jetzt schon, dass ich halt super gerne esse, aber ich muss das halt alles glutenfrei essen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte einfach zum Bäcker gehen und mir so ein richtig leckeres Brot holen, ein belegtes Brötchen. Leute, ich würde so gerne nochmal ein belegtes Brötchen essen. Oder einfach so Kuchen und Kekskram, oh das wäre so toll. Aber alles so frisch vom Bäcker, wisst ihr, was ich meine? Klar, ich kann mir die ganzen Sachen auch selber machen oder kaufen, aber da ist ein Unterschied, okay? Das ist halt einfach nicht frisch vom Bäcker. Und dann gibt es auch noch so ein paar Sachen, die ich einfach auch noch nie gegessen habe, wie zum Beispiel Donuts. Ich will unbedingt einen Donut essen und ich will unbedingt, auch wenn dieser Trend vorbei ist, diese gefüllten Donuts essen, Mann. Ich habe die noch nie gegessen, ich will sie unbedingt probieren. Genauso wie diese gehaltenen Süßigkeiten, die jeder liebt, die ich einfach noch nie probieren konnte. Ich möchte unbedingt Kinder-Braino probieren, Leute. Boah, ich wünschte, ich könnte wirklich. Genauso wie Kinder-Happy-Hippe und Milchschnitte und Kinder-Pingui und sowas. So Keksteig, ich will Keksteigläufeln, okay? Ich möchte Ben & Jerry's Eis essen, okay? Ich möchte einfach Ben & Jerry's Eis essen. Subway-Cookies. Jeder liebt Subway-Cookies. Warum liebt ihr Subway-Cookies? Ich weiß nicht, wie Subway-Cookies schmecken. Ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die man halt einfach vermisst. Also ich komme richtig gut mit meiner Zui-Hacki klar und 90% der Zeit bin ich auch sehr happy und mir geht es gut. Aber zwischendurch, da vermisst man dann schon so ein paar Kleinigkeiten. Backst du selber Brot? Ja, ich backe ab und zu selber Brot, aber damals, als ich meine Diagnose bekommen habe, haben die super viel selber gebacken. Leute, ihr könnt es euch wirklich nicht vorstellen, aber alles, was man kaufen konnte, konnte man nur im Reformhaus kaufen. Also da war nichts mit Kurz-UDM-Laufen, um sich ein Brot zu holen. Ah ah. Die Auswahl damals war natürlich auch sehr, sehr gering und Leute, der Preis, der war noch viel höher als heute. Und der Geschmack, darüber brauchen wir gar nicht reden, okay? Wow. Das ging gar nicht. Wirklich, dieses Brot ist einfach mehr am Mund geworden. Das war so eklig. Deshalb, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass dieses ganze Thema viel mehr erforscht wird und dass jetzt mittlerweile viel mehr angeboten wird. Und dass es auch ein kleiner Trend ist, glutenfrei zu essen, weil dadurch machen immer mehr Firmen glutenfreie Produkte und ich liebe es einfach. Aber zurück zum Thema Brotbacken. Ich backe tatsächlich nicht mehr so oft selber Brot, einfach weil ich oft keine Lust habe. Aber an sich ist es günstiger und schmeckt auch teilweise besser. Ich habe aber auch so meine Lieblingsbrote und sowas entdeckt, die ich mir dann halt auch gerne kaufe, weil es geht halt auch einfach schneller. Wie machst du das bei Restaurantbesuchen? Das ist auch eine Frage, die ich wirklich super oft gestellt bekomme. Ich bin halt immer super viel auf Social Media unterwegs und schaue, wo es glutenfrei Restaurants gibt und schaue mir dann auch meistens direkt die Bewertungen an. Weil gerade die Leute mit Zyniakie sind super ehrlich und schreiben auch dann, ey, mir ging es danach nicht gut, die Sachen sind kontaminiert oder was auch immer. Und so kann ich dann halt auch immer ein bisschen abwägen, ob ich zu dem Restaurant hingehen möchte oder nicht. Und so habe ich schon so leckere glutenfreie Restaurants entdeckt. Wenn das Restaurant jetzt an sich nichts glutenfreies anbietet, also damit ist gemeint, dass sie jetzt keine extra glutenfreie Pizza oder Pasta anbieten, dann würde ich da vorher einfach mal anrufen und nachfragen, weil man merkt schon sehr, sehr oft eine Reaktion der Leute, ob die wissen, was das ist oder ob sie es nicht wissen. Weil wenn du da jemanden am Telefon hast und die sagen, nee, nee, da ist keine Milch drin, wenn man Gluten gesagt hat, dann kannst du auch direkt wieder auflegen und weißt, da gehe ich nicht hin. Aber man kann auch Menschen am Telefon haben, die sagen, ja, wir kennen uns damit aus und wir haben vielleicht auch das und das noch extra da und ich kann ihnen die Allergenkarte geben und, und, und. Also Fazit von der Sache, man muss sich halt wirklich immer super viel erkundigen, muss super viel nachfragen und super viel kommunizieren, um sich auf Nummer sicher gehen zu können, aber dann kann man problemlos glutenfrei essen gehen. Okay Leute, ich beende hiermit das Q&A. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch so über Zoliakie wissen möchtet. Dann würde ich mich super dolle freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, die Glocke aktiviert, einen Daumen nach oben da lasst und einen netten Kommentar schreibt. Und schaut auch super gerne auf meinen anderen Social Media Kanälen vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!